Heute geht es mit dem dritten Kampf des heutigen Abends und ein Mann bereits im Ring für Luxemburg in den Ringstein, Walter Kellner Luxemburg. Er hat heute ein wirklich schweres losgezogen, nämlich jeden Mann, der von Hausfrau, der von Klaus Wallers war, der Gerhard Lager aus Bayern und er fährt mit Gerhard Hohleitner aus Bayern. Dieser Kampf geht über maximalen fünf Runden. Königmann, Winkrei, erste Runde, in den Kampf zwischen Walter Hohleitner Luxemburg und Gerhard Hohleitner aus Bayern. Königmann, Winkari police. Waren sie die Kieler bei. Liegt bei den Hals, die keine Ahnung haben. 3, 4, 5, Stopp, Herr Olleiter, keine Selben Rützung, keine Selben Rützung, Stopp, Herr Olleiter, Stopp, Stopp, Herr Olleiter, gehen Sie die Gegner frei. Stopp, Herr Olleiter, 5, 6, 7, weg von den Selben Rütters, keine Selben Rützung, Stopp, Herr Olleiter, keine Selben Rützung, 1, 2, 3, die Gegner hochkommen lassen, liegt auf der abzellten Gegner. Was wohl sehr, sehr hochkommen lassen! Schöpfel 34. Wir gehen auf, wir gehen auf, wir gehen auf. So, in der ersten Lunde. 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 Stop, Power Rappen. Stop, Power Rappen. Hier, Post, Stop. Hier, Perf, Text, Zierer. Begegnung, Hohkohle, Lassau, Rappen. Der Kiel ist von Radio Branden. Für dich ein Hecht auflosen. Für dich ein Hecht auflosen. Die zweite Vorarlöcke weitergehen auf Hundertstelle gegen Endschärfe. Das ist ein Wettbewerb. So, es ist ein Tag für den Wettbewerb. So, es ist ein Good Moose und ein Tag für den Wettbewerb. Meine Damen und Herren, die 100-jährige Geldstrafe für meine Kinder wurden bezahlt. So, es gibt einen Tag für die Welt. So, es ist ein Tag für die Welt, die wir, die wir nicht mehr tun haben. So, es gibt einen Tag für die Welt. Die Welt ist ein Tag für die Welt. Die dritte Runde. Ringwaii, dritte Runde. Infang zwischen Maltener, Luxemburg und Gerhard Hohleiter aus Berg. Ringwaii, dritte Runde. Ringwaii, dritte Runde, Luxemburg und Gerhard Hohleiter. In dem Kampf des Rundin 1. Die Erhard Hohleiter, Todesreund, Rundin Deutschland und zwei Hohleiter gegen Engelschlafe für Walter Keller. Wie lange ist es auf den Egelüfter? Herr Damm, Herr Köhler, auf dieser 200-Schläge gegen Engelschlafe wurde bereits bezahlt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können nun jetzt eine kurze, aber herzliche Pause. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in voller Frische zum anschließenden Team-Match. In dieser Pause wird sie unsere Musik unterhalten, und zwar Rüffelig Spitzenbeet.